Neuwagen kann sich doch niemand mehr leisten. Aber stimmt das wirklich? Ja, natürlich. Wir merken, dass die Preise steigen, nicht nur im Supermarkt, sondern auch bei Fahrzeugen. Gebrauchtwagen sowie Neuwagen. Aber die Gehälter sind doch in den letzten Jahren auch gestiegen, oder? Um das mal ein bisschen auseinander zu klamüsern und festzustellen, um wie viel sind denn eigentlich Autos teurer geworden und sind die im Vergleich zu unseren Gehältern wirklich teurer geworden, habe ich mal ein bisschen Daten rausgesammelt. Wir vergleichen jetzt zehn in Deutschland beliebte Fahrzeuge. Immer aus dem Jahr 2000, 2010 und aus dem aktuellen Jahr für 2000 und 2010 habe ich jeweils den Listenpreis genommen des Benziners in der absoluten Holzausstattung. Für 2023 bin ich auf die Website gegangen und habe geguckt, okay, was ist denn der günstigste Preis? Ab wo fängt es an, wenn ich jetzt dieses Auto bestellen möchte? Stand heute. Es ist der 16. Februar 2023. Und da das jetzt ganz viele Daten sind, werde ich heute auch mal zur Abwechslung ablesen. Ich werde euch aber auch, um das ein bisschen schöner zu visualisieren, hier gleich eine Grafik einblenden, wo ihr das Ganze noch ein bisschen besser betrachten könnt. Ganz am Ende legen wir dann auch noch die Entwicklung der Durchschnittsgehälter durch. Ganz wichtig, ich habe hier nicht die realen Gehälter genommen, sondern die Nominalgehälter. Hier ist also Inflation nicht berücksichtigt. Hat den Hintergrund, dass ja ansonsten ich auch die Fahrzeugpreise inflationsbereinigt angeben müsste. Also dort nicht wundern, es sind nicht die Reallöhne, damit die Inflation dort nicht berücksichtigt wird und wir das besser vergleichen können mit den Fahrzeugpreisen. Ganz zum Schluss werde ich dann ebenfalls noch mal eine Statistik einblenden, wie viel Bruttomonatsgehälter man hätte aufbringen müssen, um sich so ein Fahrzeug dann zu leisten. Um das noch mal ein bisschen besser einzuschätzen. Wir machen das Ganze chronologisch. Wir fangen an mit dem Fahrzeug, was die geringste Preissteigerung im Vergleich 2000 bis 2023 hatte und arbeiten uns dann hoch zu dem Fahrzeug mit der höchsten Steigerung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei dem Fahrzeug, was die meiste Preissteigerung hat, war ich erst etwas überrascht. Aber als ich darüber nachgedacht habe und was für eine Entwicklung diese Marke hinter sich gelegt hat, habe ich festgestellt, okay, hier hat man auch wirklich einen Mehrwert geboten bekommen. Starten wir mit Platz 10, der Audi A4. Der Audi A4 hat im Jahr 2000 22.500 Euro gekostet. Im Jahr 2010 27.100 Euro, das waren 20,44% mehr und im Jahr 2022 36.800 Euro, das waren dann 35,79% mehr. Wir haben hier also eine gesamte Steigerung von 63,56%. Und das ist nur Platz 10. Platz 9, die Mercedes C-Klasse. Diese hat mir 2026.448 Euro gekostet. Im Jahr 2010 dann schon 33.052 Euro und aktuell 43.881 Euro. Das heißt, wir hatten erst eine Steigerung von 24,97%, dann nochmal von 32,76%. Insgesamt macht das eine Preissteigerung von 65,91%. Platz 8, der Opel Corsa. Der Opel Corsa hat im Jahr 2000 10.700 Euro gekostet. Im Jahr 2010 11.890 Euro, also lediglich 11.890 Euro, also lediglich 11% Anstieg. Und dann jetzt aber im Vergleich zu heute 18.280 Euro, also dort mal 53% angestiegen, macht eine gesamte Steigerung von 70%. Platz 7, der Dreier BMW. Der Dreier BMW hat im Jahr 2000 24.798 Euro gekostet. Im Jahr 2010 28.950 Euro, das waren dann 16,74% mehr. Und dann eine große Steigerung heute ab 45.200 Euro, das sind 56% mehr in den letzten 13 Jahren. Das macht dann insgesamt 82,27% über die letzten 23 Jahre. Platz 6, der Kia Seed. Den Kia Seed gab es im Jahr 2000 noch nicht. Deshalb haben wir hier den Preis von dem Vorgänger des Vorgängers, der Seed. Das war nämlich der Kia Schumer. Dazwischen gab es dann noch den Kia, ich habe den Namen gerade vergessen, ich blende es hier ein. Das ist also der Vorvorgänger des Kia Seeds, deshalb passt das hier ganz gut hin. 2001 kam dann Deutschland auf den Markt für 13.090 Euro. Im Jahr 2010 der Kia Seed dann 14.730 Euro, also 12,5% mehr. Und im Jahr 2022 24.690 Euro, also um 67,62% gestiegen. Das macht dann 88,62% Steigerung beim Kia. Gehen wir weiter mit dem Renault Clio. Der Renault Clio ist hier einer der günstigsten im Jahr 2000 gewesen. Der Renault Clio ist der zweitgünstige unserer Fahrzeuge hier im Jahr 2000 gewesen mit nur 9.561 Euro. Im Jahr 2010 wurde der sogar für nur 8.990 Euro angeboten. Wir hatten hier also sogar eine Vergrängerung des Einstiegspreises um 5,97%. Heute im Vergleich dazu eine massive Steigerung. 18.250 Euro ist heute der Startpreis für ein Clio. Das macht eine Preissteigerung in den letzten 13 Jahren von 103%. Somit kommen wir auf eine Gesamtsteigerung von 90,88%. Der Ford Fiesta im Jahr 2000 hat noch 10.625 Euro gekostet. Hatte der im Jahr 2010 dann 11.500 Euro gekostet. Also eine kleine Steigerung von nur 8,24%. Und jetzt startet er bei 20.350 Euro, also 76,96% zugelegt. Das sind insgesamt 91,53%. Beim VW Golf merkt man, dass der Volkswagen etwas weniger Volkswagen ist, was die Preise betrifft. Damals noch 15.220 Euro im Einstieg. Im Jahr 2010 dann 17.450 Euro, also 14,65% Anstieg. Und jetzt 29.560 Euro. Das ist ein Anstieg von 69,4%. Also knapp 30.000 Euro muss man jetzt hinlegen, um einen Basis Golf zu bekommen. Da sind wir bei einer Gesamtsteigerung von 94,22%. Der Fiat 500 auf Platz 2. Ja, im Jahr 2000 gab es kein Fiat 500. Ich habe mal geguckt, was war denn da ein ähnliches Modell des Fiat 500. Ich habe jetzt mal für die 2000er Zahl den Fiat Cinquecento genommen. Genau genommen ist das die Zahl von 1998, aber nur um das grob bei Fiat einordnen zu können. Ja, also der Fiat Cinquecento hat 1998 8.288 Euro gekostet, weil es also von den zehn Fahrzeugen hier das günstigste gewesen ist. Im Jahr 2010 hat dann der Fiat 500 12.900 Euro gekostet. Ist also im Vergleich zum Cinquecento 55,65% gestiegen. Und jetzt kostet der Fiat 500 16.990 Euro. Ist somit das günstigste Fahrzeug, was man aktuell kaufen kann. Von den zehn, die ich mir vorstelle. Mit einer Steigerung von 31,71%. Hat jetzt aber im Vergleich zum Cinquecento von damals eine Preissteigerung von 105% gehabt. Jetzt werden sich gleich wieder die Leute in den Kommentaren auslisten. Du hast Cinquecento nicht richtig ausgesprochen. Der Skoda Octavia, also Skoda habe ich aber richtig ausgesprochen, hat damals 12.690 Euro gekostet. Und im Jahr 2010 dann 15.390 Euro. Also eine Steigerung von 21,28%. Aber jetzt kommt's. Heute starten wir bei 35.410 Euro. Das ist eine Preissteigerung von sage und schreibe 130% in den letzten 13 Jahren. Und macht insgesamt über die letzten 23 Jahre eine Preissteigerung von 179%. Unser trauriger Sieger ist also das Skoda Octavia. Und dann habe ich euch ja versprochen, dass wir jetzt mal die Lohnentwicklung dazu legen. Wie haben sich die Löhne in der Zeit entwickelt? Der Durchschnittsbruttolohn im Jahr 2000 war in Deutschland 2.599 Euro. Im Jahr 2010 waren das 2.958 Euro. Das war eine Steigerung von 13,81%. Und wenn ich so auf meine Liste gucke, ja die meisten Fahrzeuge sind so um 11 bis 20% gestiegen. Also wir haben schon einen leichten Anzug der Preise gemerkt im Vergleich zur Lohnentwicklung. Im Jahr 2022 hatten wir in Deutschland ein Durchschnittsgehalt brutto von 4.100 Euro im Monat. Also eine Steigerung von 38,61%. Wenn man sich das so anguckt, merkt man, die Autos sind deutlich teurer geworden in den letzten 13 Jahren. Eine gesamte Steigerung der Bruttogehälter in den letzten 23 Jahren hatten wir um 57,75%. Das ist also die kleinste Zahl von der gesamten Steigerung, die ich jetzt hier gerade in dem Rahmen genannt hatte. Als nächstes kommt dann der Audi A4 mit 63,56%. Also mit dem Audi A4 ist man preislich quasi am ehesten noch an der Lohnentwicklung. Aber ansonsten gehen wir dann ganz schnell in die Richtung 70%, 80%, 90%. Was heißt das, wenn wir jetzt mal die ganzen Prozente wegnehmen und das ein bisschen einfacher darstellen? So, wir machen jetzt den Graf hier mal weg und zeigen jetzt mal eine bisschen einfachere Grafik. Damit man einen bisschen schnelleren Überblick hat. Wie viel Bruttomonatsgehälter müsste man aufwenden, um so ein Fahrzeug zu kaufen? Hier natürlich, jetzt sind hier Steuern, Sozialversicherung und sowas nicht berücksichtigt. Aber einfach, es geht mir so ein bisschen um eine Kennzahl, um grob einfach nur ein Gefühl zu bekommen. Weil natürlich hätte ich jetzt netto zahlen können, aber bei jedem ist das ein bisschen anders. Ich wollte es jetzt nicht zu kompliziert machen, dass hier der Sinn dann irgendwie komplett verloren geht. Beim Audi A4 hat man damals 8,65% pro Monatsgehälter aufwenden müssen. Heute sind das 8,97%, also ein bisschen teurer geworden. Die C-Klasse, damals waren es 10,17% Gehälter, heute 10,7%. Leichte Steigerung. Der Opel Corsa von 4,12% Gehälter auf 4,46% Gehälter. Der 3er BMW von 9,54% auf 11,02% Gehälter. Der Kia Ceed, also vom Kia Schuma im Vergleich, der Kia Schuma damals 5,04% Gehälter, heute 6,02% Gehälter. Der Renault Clio, damals 3,68%, heute 4,45%. Der Ford Fiesta 4,09%, zum Vergleich heute 4,97%. Der VW Golf 5,86%, heute 7,21%. Der Fiat 500, bzw. damals hat Cinquecento 3,19% und heute 4,14%. Und der Skoda Octavia als der traurige Sieger 4,88% Gehälter damals und heute 8,64% Gehälter. Also wenn man sagt, Neuwagen kann sich niemand mehr leisten, es wird immer teurer. Ja, diese Richtung haben wir leider. Und ich denke mit den künftigen Abgasnormen, mit den immer teureren Preisen und jetzt auch, wenn man sich guckt, wie teuer Elektrofahrzeuge sind, wird dieser Trend leider nicht so schnell aufhören. Gleichzeitig mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der Frage, wie wird es künftig weitergehen, wie sicher sind die Arbeitsplätze, wie schaut das mit unseren Löhnen aus, kann man sich tatsächlich berechtigt die Frage stellen, wer wird sich in ein paar Jahren überhaupt noch Neuwagen leisten können. Was denkt ihr dazu und gibt es irgendein Fahrzeug, was ihr jetzt von dem Zettel euch am meisten überrascht oder überrascht euch das eigentlich gar nicht? Oder gibt es vielleicht ein Fahrzeug, wo ihr sagt, ihr würdet gerne wissen, wie sich das entwickelt hat? Schreibt uns eure Gedanken, eure Ideen einfach in die Kommentare und ganz wichtig, lasst ein Like da und folgt uns.